Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Golden Sun Expert. Beim letzten Mal ist das Schiff endlich losgefallen und wir wurden angegriffen, jetzt müssen wir einen neuen Ruderer besorgen und ich nehme dich. Aha, Ruder, nicht wahr? Nun, wähle wen immer du willst. Was? Ich? Das muss ein Witz sein. Ehrlich? Ja. Oh, das ist einfach zu viel für mich. Ach, so, hier. Daniel, du bist wieder da und du hast auch einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, dann deinen Platz ein. Du musst nur wieder diesen Bereich schützen, Daniel. Jo. Vorbereitungen fertig. Kursklar. Alles klar, wir können weiterfahren. Wir sind doch schön geblieben. La, 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 la. La, la, la. Schöne Musik. Oh. Monster! Ups, da bin ich gegen mein Cat-Set gekommen. Hoppala. Oh Gott. Ah! Monster unter Deck. Mann, ich kümmere dich um diese Biester und rette meine Kameraden. Yo. Na, warte. Echsenkrieger. Flederwut. Okay. Wir machen mal Maragelnöck auf den Echsenkrieger. Geh, Fred, du machst Eroporzion. Nee. Du machst Feuerball. Ja, das Ding übermacht Licht. Lass mal. Und Mia. Gletscher! So. Bäm. Oh, das überlebt nicht viel. Mir aber leid. Frage mir auf. Feuerball. Okay. Angriff. Gefrierbrand. Oh, weg. Gut. Schlafbombe, wow. Hey, bist du okay? Das wiederholt sich jetzt. Ja, 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 ja. Ja, wir müssen einen neuen holen. So, wir nehmen den anderen Reiseführer. Nein, du wirst mich ja nicht bitten, zu rudern, oder? Äh, ja. War noch nie so sehr für körperliche Arbeit, aber wenn es sein muss. Es muss sein. Dani, du bist wieder da. Du hast auch einen Ruderer mitgebracht. Nun, du wirst für uns rudern müssen. Also gut, nimm deinen Platz ein. Musst du nun wieder diesen Bereich schützen, Dani. Verbreitung, dann fertig. Kursklar. Alles klar, wir können weiterfahren. Wirklich schön, die Riemen. Hm, so. La, 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 la. Endlich kommen wir hier voran. Äh. Oh, shit. Monster auf der Deck. Dani kümmert sich um diese Bestie und rette meine Kameraden. Yo, kein Problem. Fischer Wider und Thiago. Okay, dann wiederholen die selbe Taktik eben. Bam, das, bam, das hat hier gut funktioniert. Fletcher. Bam. Und das. Ah, genau. So, die hätten wir so aus. Ja, Gerrit ist vergiftet. Das finde ich aber uncool. Ja, 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 ja. Wir leben alle noch. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so schön. Wir machen mal Gaia. Gerrit macht Eruption über den Lichtplasma. Mir wird mal das Giftverlöp auf Gerrit machen. So. Hm, die hätten mir zu viel aus. Gaia. Okay, jetzt war klar, dass es nicht so viel Schaden macht. Ich hab mir was ich mir dabei gedacht habe. Okay, Einer stirbt. Okay, nur noch Einer. So, Mia muss wieder die Giftteilung machen. Gerrit ist gelähmt. Äh, so. Okay. Ja, 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 komm. Ja, 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 ja. Ja, ich hol noch jemanden. Ja, ich beeile mich. Keine Angst. Hm, ich will mich jetzt erstmal verzeilen. Und. So. Äh, gut. Obidu. Vor allem, Leute, du suchst dir gerade den ältesten und gebrechlichsten aus. Wenn ich vor lauter anstrengend zusammenbreche, wird es dir leid tun. Ach, komm. Ist eigentlich so. Ja, Ruderer hier. Gut. Yo. Yo. Wir sind fertig. Alles klar. Geht weiterfahren. Wirklich in die Rehmen. Ja. Es wiederholt sich. Also wir können das ruhig ein bisschen beschleunigen. Ja, 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 ja. Okay, jetzt kommt das. Ich frage mich, was los ist. Das Schiff sollte nicht so stark schaukeln. Dani. Dani, aufs Deck. Dani, da ist ein riesiges Monster am Deck. Wenn wir nichts unternehmen, werden wir sinken. Du musst uns helfen. Wenn dieses Schiff sinkt, war unsere ganze Mühe umsonst. Lass uns ein paar von diesen Seemonstern schnappen. Yo. Ich hoffe, die Synergie ist jetzt noch ausreichend. Ja, wir werden sehen. Oh. Ich werde mal... Ja, gut. Jetzt ist es zu spät. Ich werde jetzt einfach mal... Äh... Save Game. Save Date machen. Ja, ja. Und äh... Und äh... Gucken. Gut. Alles gut. Wunderbar. Dann geht der Part schon. In etwa neun Minuten. Schwimmt schon. Okay. Gut. Dann legen wir mal los. Hm. Steht kapiert. Wir machen jetzt mal Schutzbarriere für diese Runde. Äh... Gerrit. Erhebt... Erhebt unsere Verteidigung an. Ivan. Erhebt unsere Schnelligkeit an. Und Mia, du... Ja, schlecht war seine Attacke. So. C4. Schnelligkeit steigt. Kizir. Seine Attacke fällt. Okay, wir haben den Schlag. Corona. So. Wassersägen. So, wieder im Bosskampf. Ist auch schön. Äh... Senkt Gegners für Schnelligkeit. Nur macht mal Knostle. Äh... Hebt mal hier unsere Attacken und Äste. Äh... Doppelangriff in der nächsten Runde. Mal auf Mia. Mit Gegnern schlafen. So. So, ja. Er ist eingeschlafen. Cool. Klappt. Okay, cool. Er schläft. Er schläft. Wunderbar. Der Gegner aus der Schnelligkeit. Zu Gesicht. Smog. Smog. Von hier. Äh... Dicht mit drauf. So. Mia darf jetzt zweimal. Dann wird sie jetzt erst einmal... ein bisschen mit Wunsch heilen. Nee. Anders. Mach mal auf Isaac. Und dann wird sie... Ich weiß es eigentlich nicht, aber... Gut zu wissen. So. Lohre. Dem danke. Äh... Gebt uns auch im Widerstand. Und Mia... Thomas jetzt... Denk ich unmöglich. Egal, komm. Ich habe... was ich dabei habe. Quelle. Kiesel. Flora. Kabam. Flut. Ähm. Oh, 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 oh. Ja, das... Oh, gleich nochmal. Das hat jetzt etwas wehgetan. Hm. Beschwören. Gericht. Meteor. Tor. Mia, du... Nee, mach mich anders. Ivan wird Nuss auf sich selbst verwenden. Und Mia... Ruft erst einmal Boreas. So ist Ivan so schnell. Boreas. Ich hoffe, das geht gut. Ja, 800 Schaden... Gericht. Kabam. Das sehen wir uns nochmal an. Oh yeah. Die Atticke ist so cool. 1355... Und Meteor. Das sehen wir uns jetzt auch nochmal an. Das sollte auch wehtun. Yo, das hat sehr wehgetan. Giftschlag. Ich war vor wegen. Okay, es leben alle noch. Segnung auf sich selbst. So, das dauert sogar noch. Und anders. Segnung auf Gerrit. Gerrit macht... Eruption. Ivan. Dann... Verkürt ziehen Magie. Das probier ich mal. Mit mir macht hier das Gebet. Das ist wirklich nicht schade. Gut. Segnung. So, das ist schon mal okay. Au, 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 okay. Eruption, das macht... Ja, und das ist schade. Wirbelschlag. Hm. Ah, Granit mal. Eruption wieder. Ivan, du wirst jetzt nochmal einen Nuss verwenden. Auf dich selbst. Und Mia wird sich ein tiefes Gebet selbst teilen. Oh, dieser Kampf. Der wird auch jetzt wahrscheinlich wieder schlimm. Also, er ist eine Herausforderung. Gut, wegen Granit habe ich nicht so viel Schaden bekommen. Und Gerrit hat gleich ein Ziel Magie mehr. Das ist schlecht. Und Gerrit ist vergiftet. Das ist auch schlecht. Knustren mal. Corona. Irgendwann wird Gegengift verwenden. Mir macht es mal Wunschgrille. So. Äh, Schaum-Krona. Corona. Taucher. Da müssen noch alles. Äh. Ich würde aber jetzt sagen, wenn ich auf die Zeit gucke, mache ich hier mal wieder einen Schnitt. Ich weiß, es ist ein bisschen fies mit einem Bosskampf. Aber was soll's. Also, schau. Und bis dahin. Je demás。 Engel mal. Und bis dahin. Geoh! Okay. Dad. Da.